da ist ein Tanklaster 2 Volt oh was ah Spannungsrohr richtig fit ja das hätten wir geschafft Ende Zielposition 112 Stiftung Alles klar Wunderbar Leggedydeckleck Leggedydeck Ich muss in mein Auto gucken wenn da was gewaschen werden Nein Rennen heute in EXP 805 Reusel Ich beweg das Rennen plus 500 EXP Ich setze übrigens plus 100 EXP der Run natürlich fortsetzen Alles klar das Rennen hätten wir auch hinter uns das geht jetzt hier rutzflutz 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 Alles klar Wissen wir Zeitflug machen? Kampf durch den Sandsturm Ja Jawohl Wir müssen da durchgehen Das ist ne Sandsturm Wann da das bin ich? Das ist ne Sandsturm Ach du Meili Ja geh mal weg Wollt denn auf einem in den Speed genau Beste Tankstelle das ist ne Sandsturm Wann sehen wir was ich für Wagen jetzt noch Oh Wier Nein Was ist das denn das für WP? Nein Was ist das denn das für WP? Was ist das denn das für WP? Nein 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 Ja dich Nein 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 Wer ist das schnellste? Jetzt ist man auf dem Gitter Ja Komm wir nehmen mal die Porsche Klee Reis Den fahren wir auch immer Der zieht doch auch ein bisschen aus Was hat mich jetzt überholt? Ah ne Ah der Porsche Ist auf jeden Fall langsamer als man andere war Ich freu ja mal zurück So ne 20 Sekunden im Führung Ist klar ich glaub das schaffen wir Wenn ihr mich jetzt noch überholt Ja Dann hat sein Wagen wahrscheinlich Speed gemacht Ich versteh mich mal Ich essehm Ich würde es einfach schaffern Es ist ganz wichtig nicht Oh Keine Garno Wagen Es ist Es ist Es ist Es ist Es ist Es ist Ich Das ist mir Oh, da kommt, da kommt Papp Verendet Ja, super, super gemacht 159.0 560 xp 500 xp, Fahrstufe 6 100 xp, ich setze mich Glückwunsch, du hast Fahrstufe 6 erreicht Du kannst jetzt im Dieselverlauf zusätzlich xp sammeln xp nur für steck dort Polizeistrahsensperren aus euch nur Polizeistrahsensperren und Wuppe Das ist doch schön So, jetzt So, ich weiß nicht, wohin wir immer hier auf Puls Damit fortsetzen So, 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 über das Und jetzt... Old Spanish Trail. Alles klar, alles klar, alles klar, MPH. Wir sind 150. Noch neun Plätze. Und dann... Ja, dann... Dann sind wir 150. Mit unserem Porsche. 900, Delphes. Acht Positionen gut machen. Mach ich. Gerne. Und da ist ne Polizei. Ja, Code 3. Ja, Code 3. Ja, mach du mal. Ich fahr hier ein bisschen. Der Mann, eine Porsche. Was ist denn ich? Das ist so ne Gange, die Polizei war. Obwohl die eigentlich auch schon schnell sind. So, da ist ein BMW hier. Ja. Hier, gib uns in einen Freund. Shit. Jo, kein Sex. Alter. Die Polizei wird mich jetzt so was verwerfen. Oder schon, die nächste... Streife. Geh mal weg. Toll, Akkus noch nicht genau. Aber die hat mir wahrscheinlich auch nix gemacht. Was ist denn hier los? Und sauber überholt. Alter. Was für ein Idiot. Was für ein Idiot. Oh. Rechte schön. Eine Abkürzung. Die nehmen wir. 10.80. 10.80. Ach du nicht. Komm nicht erstmal in die Null. Scheiße. Was war das? Ach du nicht. Oh mein Gott. Was war das? Boah. Das war ja geil. Okay. So. Was sind denn hier? Nee, du kommst sicher nicht von mir vorbei. Du kommst sicher nicht von mir vorbei. Das ist eh egal. Das ist eh egal. Das ist eh egal. Toll. Palm. Super. Zerstört. Super gemacht hab ich das. So. So. Du überholst mich nicht. Genau. Kannst du vor mir nicht raus. Schwer reinfahren. Wir müssen ja wehen. So. Aber wie sind denn die zwei vor mir? Da kommt noch ein Kotek zu euch. Okay. Bring den rein. Elf. 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 sb 80 für die übrigen resets und mehr nicht sagen immer fortsetzt so und jetzt stamm aus der unterschiedlichen welt nachdem sie ihre mutter verloren hat nachdem sie ihre mutter schon hatte verbraucht die die meiste zeit in der karschen der fahrt hat sich an die künftige künftige ok und das biert hat er gehofft alles Ja, das gefällt dir. Jack! Jack! Steig wieder in den Trennen ein! Hoho, schon dienen für den Wagen. Bis auf, Ladies! So, schön, das muss von der Straße. Ab und zu triffst du auf den Wallen. Hier fangst du schon mal an das Zieler voran. Bis zum Zieler zu gewinnen. Bis zum Zieler zu gewinnen. Schlüssel ist hier im Wagen. Oh, hier im Wagen. Hier. So. Erstmal vorbereiten, solange es hängt. Ich habe gehört, Needless Speed Tent Noir läuft nur mit 30 FPS. Deswegen wahrscheinlich auf und zu malen. Fortsetzen.